WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Tyler, seid ihr? Ich komme durch, dank seiner Hohheit. Euer Gnaden, Lord Murdoch! Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Ich bin gespannt. Um hier los der Lahn. Tu is a gelief. Nun fliege schwind nach Rosalith. am besten zum nordtor zu den schokobo stellen vater bringt joshua in sicherheit nein ich gehe nicht ohne dich du bist doch mein schild oder das bin ich deshalb halte ich die feinde hier auf damit du entkommst ich schicke euch die verbliebenen truppen sofort nach geht jetzt es ist meine pflicht erfüll du deine pflicht ich weiß du musst vater beschützen ich zähle auf dich bis zum los bis zum los Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Verdammt noch mal! Entschuldigung! 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 Der Dragoon! Du bist also der Schild mit dem Segen des Phönix! Doch das wird dir nicht helfen! Halt still, verdammt! Der Dragoon! Du hast ihn! Jetzt gleich! Erledige ihn! Das wärst du berein, Junge! Der Dragoon! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott! Ist er tot? Ich denke schon. Also haben Sie Ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen Sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Glyph, sieh her. Diese Scherpen wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren. Und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung. Auf den Ross. Was ist das? Tag15-71-76 talibund. Okay. Stop. Was ist das? Ich habe das. Die Brauche sind in der synagogue. Das ist. so ein glück euer gnaden seid ihr wohl auf mir fehlt nichts wir werden verstärkung aus rosalie tun ihr müsst mir helfen bringt joshua an einen sicheren ort steig auf joshua vater verzeiht euer gnaden das kann ich nicht zulassen ihr falschen schlangen zurück ich warne euch ruf soshua lauf nein weg 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 Erfüll du deine Geflecht. Du musst Vater beschützen. Ich habe... Ich wollte... Ich zähle auf dich, Joshua. Ach du Schiff. Wüte dich, schnell! Jesper! Der Phönix. Der Phönix. Joshua! Mark Werder, der Prinzen! Joshua! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Clive! Ich danke dir, mein Schutzengel. Ich helfe dir auf und geht! Bitte! Joshua, haltet durch! Nicht jetzt! Komm! Tu deine Pflicht! Du bist dein Schild! Hervie! Clive? Was? Was ist denn da anders? Oh! Ah! Danke! Noch eine Espelis bei jetzt! Aber das ist unmöglich! Oh! 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 Wer bist du? Wer bist du? Lass mich in Ruhe! 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 uller... Die Dämonen Der Feuer! Esfer! Das kann nichts sein! Der Feuer! Der Feuer! Der Feuer! Der Feuer! Der Feuer! Der Feuer! Oh, dammit! Wow! Ist das das Apothetarium? Oh nein! Nicht schon wieder! Das ist das Neuköllnste. Oh nein! Das kann ich nicht mehr schütteln. Oh nein, das kann ich nicht mehr schütteln. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Gebu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.